Was ist der Grundansatz? Grundansatz heißt, Unternehmen gestalten, Freiraum schaffen. Das Ganze braucht klare Ziele und schlanke Prozesse, sodass am Schluss mit wenig Verschwendung, mit krigsendem Aufwand, die besten Ergebnisse produziert werden. Unternehmerkraftwerk unterscheidet sich von vielen anderen am Markt und da dürfen Sie uns ruhig auf den Prüfstein stellen durch individuelle Konzepte für Sie, damit Sie Ihr eigenes Kraftwerk generieren und die Energien in die richtigen Richtungen laufen. Kraftwerk heißt, um unternehmerisch erfolgreich zu sein, brauche ich einen Chef mit Power und nur dann habe ich eine Firma, die Power hat. Und deshalb beginnt unser Ansatz beim Chef, wir müssen wissen, was will er, wo will er hin um ihm dann zu helfen, die Firma so zu gestalten, die Menschen so zu befähigen, dass diese Ergebnisse erzielt werden. Auch der Unternehmer ist und bleibt immer Mensch und hat die eine oder andere persönliche Frage, Anliegen, Sorgen, die bei mir wohl aufgehoben sind. Auch der Unternehmer ist.